ja aber erst mal ist der die Dinger go go ham or go home, Doran's Blade start nnnn, da zischt er wieder los ich hab keinen Skin hab doch gar keinen er war nicht nur Tobi gerichtet, Tobi ist nicht da, was ein Lachen das hat nur Einer einen Skin und der sagt einen Skin Tobi hat einen Skin und ich schreibe ich für Tobi my thank you das sag ich dazu ich mag meinen Skin der sieht dessen toll nice aus hat nicht jeder aber ich finde den Main-Skin auch wunderhübsch der hat was ganz extrem hier muss ich auch mal zeigen ganz toller also ich hab den schon ewig nicht gesehen muss ich sagen was? den Wain-Skin der wird nicht allzu oft gespielt also Leute guckt euch mal an was Sion da macht du bummst doch bestimmt irgendwelche Grashalme oder so ja, so ähnlich ey, guck, ey Erik, guck mal auf meinen Mund dort bei Sion mach ich's doch so die ganze Zeit da haben wir sonst nichts besseres zu tun, halt boah krass ey Dreh es! das ist echt, wenn hier nie einer in Waden kommt oder so ist im Early ziemlich langweilig oh ja du bist auf 30 Sekunden runtersetzen die Zeit ja ja, aber ja, eigentlich schon, ne eigentlich schon, ne ja, egal Riot wird sich schon was dabei nehmen Naja, es ist halt, weil wir solche Noobs sind und nie invaden, aber ansonsten macht das ja schon Sinn ne Geh weg, Lux, du stinkst Nein, bin ich nur Pfeifer ja, ne ich wusste, dass du mir wieder direkt Recht gibst ich bin immer Kumpel für immer Kumpel, ich gebe immer jedem Recht außer Tobi der hat auch nicht verdient du bist, ey, Turf Alter, was ist das? ne Luft wahrscheinlich nein, mein Farm, meine ich hab genau so viel ab und dann das Maul aufreißen, das ist natürlich richtig ich bin jangel, jangel jangel pssch, das musste doch jetzt keiner wissen, Mensch sehr gut, ne aber Eric hat auch nicht mehr also nicht wirklich die WN hat auch kannst du schon Stun ab? ich ne du bist ja mit 3, warum hast du den Stun? weil ich den nicht skille neu wer hätt'n easy kill gewonnen hätt'n hätt'n wer will schon Kills verschafft mir nicht immer so'n Vorteil ich will, dass du alleine gewinnen nein, war'n Scherz ne, hätt'n sowas gesagt, hätt' ich so oft geskillt aber die skille ich normal immer erst als viertes ich skille ich, äh, immer aus Level 2 weil ganz einfach, wenn nicht irgendjemand ganken kommt beziehungsweise wenn du Kills haben willst so passiv wie ich gegen Lux spiele, kann nicht keiner ganken und ich skille die W, weil ich damit sie auch mal treffen kann halt, ne ja, was ich auch schon habe jawohl, nice jup, good job lol Tobi äh, Erik ja lol was? warum schreibt der Spast Erik, äh, Erik weil er TMA weil er TMA Erik heißt ich, ich, ich dachte ich war grad schon wieder schockiert weißt du noch das Ding mit Lara, Tobi? ja da war ich auch ziemlich schockiert ich sag grad wieder, das wär so jaa ich hatte grad schon wieder nen richtig schönen lag dann kommt natürlich genau in dem Moment ein Huhn aber Alter, der hat ja bloß grad freigesackt ne, ich hab grad gesagt weißt du noch das Ding mit Lara, Tobi? und in dem Moment ist es hängefliegen und, ja ach, come on du hast dir einen verfluchten Namen ausgesprochen ich hab dir einen verfluchten Namen ausgesprochen ist das mich das nervt, wenn immer irgendwelche Huhn zu den ganken kommen die sollen mich einfach als Nazis in Ruhe lassen, ganz ehrlich wer ist schon nen Nasus in Ruhe? ich weiß nicht, Kree ein Cooler Spieler weißt du das? ich hab cooler oder so war gegen den der nervt so schon wieder das Opfer ne ja ne nein er kann mich jetzt übrigens diesen Towerdive ich glaube mit seinen wärst du doch besser dran gewesen schon wieder weg gut jetzt hast tot, wa? ja dann lass es natürlich, da war der Def und geh du back ich hab bin halt gerade eben oh man das verdammt so was komm du hast immer noch nachfragen als das ja und trotzdem hab ich nen scheiß Nasus äh Q Farm Tobi ich hab die in andere woge ich auch nicht gesetzt wenn ich die ganze Zeit nur gelastet hättet ja man eh hast du zu bombardiert ich hab die Q nicht einmal gemacht doch eh mal ja auch da hab ich da hab ich 92 Schaden an den Caster Minutes gemacht und die E hab ich nur gemacht zum Last Hitten also hier steht es komischerweise vor boah dass der Nunu nix schlau ist ansonsten hätte er jetzt ja die Waffe einfach gegen seinen Tower Box gelassen können mhm Luxi Missi ich will deine Züge herrschen den Arm ich will deine Züge herrschen den Arm dann geh ich auch nochmal weg ja mach das was soll der Geur jetzt oh man nervt mich nicht ich rieche den Tor na jetzt ping ich aber doch hier nochmal dass das auch der letzte mitkriegt Tobi hast du es mitgekriegt er hat einfach nur einen Tower ins Ring und kann dich mit zwei Schnellbellen fast deuten ja mhm mhm mei Sweet das jetzt nicht die Farben im Game, äh... Der ist zu Tannen hier! Stimmt, wir haben alle... Naja, und plus Vayne. Wenn man 3 Champs... Ja eben, sag ich ja, plus Vayne. Vayne farmt. Ich, ich tu meinen Lebensstacken, er tut AD, äh, seine Q-Stack, ich und Ram tut AP-Stacken. Ja stimmt, wir haben alles Stacks Champs. Gut, und ich sammle meine Champs, äh... Loll! Will hier auch irgendwer mal kämpfen, oder was? Naja, alle farmen. Farm, farm, farm. Hast du Cage ab? Ja. Ich hab alles ab, auch Ult. Oh, er kommt, äh, sie kommt. Vertrieb. Oh, Alter, jetzt in Ohr lassen können, ne? Hör, hör, hör. Hardsteel, nenn ich das. Oh, toll. Erich leidet? Na ja, good job. Na, ich hab grad eigentlich Q gemacht. Noch die auch. Meine Q ist auf cooldown, und ich hab den Menin nicht bekommen. Tough life, er? Kiki. Ja, ja, das Leben ist schon hart. Erich, hol dir erstmal ein vampirisches Zepter. Du weißt, dass du's willst. Hey, ich hol mir... Ja, ich bin ne Zott, oder? Ne, gleich raus. Ah, gut, Nunu ist halt. Ist halt Nunu. Ist halt Nunu. Ich werd... Gut, haben wir gesagt, dass du mal da spielen saßt? Hö. Sag's ja auch mal. Sag's auch mal. Yes. Wieso holt's dir Junge immer hier? Wird das nicht? Gibt doch nichts. Gibt doch nichts. Wenn du von hier kommst und außen rum rennst, siehst du dich doch trotzdem nicht. Lass ihn doch. Bleibt halt immer noch auf der Lane. Oh, Junge, Alter, ja. Was macht der denn hier? Mein Gott, nervt mich? Nee. Ah, mein Ult ist raus. Kassix war da. Ich werde nicht so genervt. Ja, es nervt Gott. Ich hab jetzt das zweite Mal da. Als ob der eine alleine gewinnt. Äh, du bist mal. Du bist gut drin. Was halt trotzdem mehr Farmer ist, ey. Ja, weil Nunu einfach scheiße ist. Das einzige was der macht, ist eh drücken. Ah, nee, Cue drücken, hab ich vergessen. Ja, mit dem Cue drücken, das war der Nasus. Nee, nö. Ah, Kassix kommt mit. Ja, gut, dass der ein Payport hingestellt hat. Ja, der Gangster. Der will sich bestimmt im Blue holen. Ja, weg du mich. Ja, weg du mich. Ey, ich hab doch gar nicht mit dir geredet. Ja, trotzdem. Ja, ich geh mal gucken wegen Blue-Buff. Ja, der wird jetzt schon weg sein. Na, kann gut sein. Aber ich konnte da leider auch nicht alleine hin. Ja, ich geh den Tor. Wie ist die W30 vom hinten, wie geht denn das? Ja. 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 Ich will ja jeden Minion bekommen haben. Ja, der Kassix ist schon wieder hier. Der will dann Blue vorbei bringen. Ja, wenn's dauert, dann bin ich jetzt aus. Da kann ich wenigsten rum. Oh, Lux kommt fort. Erik, bist du bereit? Ich komm auch. Ja. Nein. Aber hier, die Lux ist da, ne? Ja, danke. Jetzt wird der Instant-Ult abgebrochen. War schön. Das war auch wieder richtig gut von der Wing geführt. Das ist die, die ist gut denn. Ich höre ein bisschen Sarkasmus. Ach nein. Nein. Wo sind wir denn hier? Echt mal, Erik. So, spielst du jetzt mit mir auf Botlan? Ja, ich dachte, wenn die Vayne so scheiße ist, komm ich mal vorbei, ne? Okay, dann tu ich die Mitte auspushen. Die Lux ist ja bloß nach Botlan. Ja, ja, die ist immer noch hier. Oh Gott, ich will gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Der hat schon Road of Ages. Lord. Erik, vielleicht hätten wir den doch nicht killen sollen. Der spielt ja nach Aram gegangen. Na, vorbei. So, na, ich denke, die wollen nicht, da geh ich mal weg. Ich werde, ich... Road of Ages ist doch nicht immer billiger als seit... Road of Ages ist doch der 3000er. Ach, der hat einfach, der hat keine Schuhe. Naja, gut. Ja, weil ich bin halt auf Spirit gegangen, aber irgendwie... Äh, toll. K6 ist, äh, Bot-Side von der Mitte. Ja, der geht jetzt mit den 3. Ja. Ja, push einfach weiter, Nuno, das gefällt mir. Jetzt ist die Wayne sogar fix dran. Also... Dann scheint Misti ganz schön. Ja gut, der SRL hat aber auch einen starken Farm, ne? Muss man auch sagen. Natürlich, aber trotzdem ist das ziemlich hart. Ja, ja, klar. Oh, kann sein, dass die Lux auch wieder kommt. Hahaha, aber es zum Sprung gibt. Oho, das Wort bitter war. Ah, der K6 nix machen können. Ja, da ist er. Komm ich auch mal wieder. Ich bin gleich bei dir. Die hat keine Barriere mehr. Oh Gott, Geist. Immerhin weg. Ja, äh... Flash hat's auch aus. Da bin ich auf Capsloch gekommen. Ja, ja, ne, wollte ich aber auch sagen. Hehehe. Freie ist in die Welt. Lass es alle wissen. Oh, Nuno, lutsch mein... Schwanz. Na, komm. Mein Gott, ey, bleib's. Reiß der mal bissl zusammen jetzt. Halt die Fresse. Komm dir da gleich her, du. Blark. Halt die Fresse. Okay. Jetzt können wir jetzt einfach mal alle die Fresse halten. Einfach mal ein bisschen Erziehung zeigen. Geh rüber, Erik, ne? Ja. Du kommst da rüber. Findest dich doch nie mehr. Yeah. Das ist noch halb. Boah. Seigen dir, wenn's dunkel ist, Tobi. Wieso? Das war schwarz? Boah. Bin ich schwarz? Mein Auto hat Fanwerfer, ja. Ich muss die Handflächen nach vorne halten, damit mich die Autofahrer sehen. Was denn? Hä? Was soll ich? Was denn los? Warum? Oh Gott, ey. Ja, einfach weil. Ähm. Ich bin dafür gespielt. Ich bin dafür, wir fangen wieder an mit Drake zu spielen. Ja. Ah, ich habe aber immer noch nicht so wirklich meine Champions. Ist mir egal. Ich schon. Ich bin einfach Main-Nasis-Ranked. Ja, kannst du doch machen. Solange du nicht reinfliegelst, ist mir das egal. Was lustig ist, auf unserer Elo geht das sogar. Solange man eine Nunu als gnaht, natürlich. Ich trau mich mal als Grompt, dann fang ich sowas für dich an. Ja. Kannst du machen tun machen. Ja, mach ich auch tun tun. Ja, machen tun machen. Machen tun. Cool. Tuten tun. Tuten. Tuten tun. I'm back in business. Oh Gott. Jopp. Nein. Tot. Ach scheiße. Ah. Unlucky. Hat er mich gerade noch so getroffen, also sie mit der Old. Durch Deathfire's Touch bist du drauf gegangen. Ja. Da muss jemand wieder ins Bootcamp. Und Nunu hat gerade den großen Minion gelesen, ey. Er ist kalter Sack, ey. Er kennt doch nichts, sagst du. Da kennt er echt nichts. Absolut nicht. Nein. Alter, wein. Ich glaub die Braut interessiert aber nicht. Wein mehr. Danke. Alter, wie dumm ist die? Komm, ich bin hier mal ganz cool jetzt. Er hat doch gehört zu Attack. Was ist da los? Einfach weggerahmt. Weckerahmt. Er hat ihn weggerahmt. Das Wortspiele wieder. Niko ist halt der Wortspiele-König. Wortspiele-Vane. Wortspiele-Vane. So rum. Äh, Ram? Was ist jetzt mit deinem Blubar? Ach so, ich bin gerade mal auf die Botlane gegangen. Ach. Das ist ja so viel Powerfarming. Da mach ich noch meine Wölfe. Dann geh jetzt erstmal ab auf die Botlane, dann wieder Midlane. Gut, ich mach jetzt Wölfe. Du wattest da einfach wieder auf den TP. Genau. So machen wir das. Das spielt mein Loll. Das ist How to Play. Haha. How to play all lanes. In one game. Ja genau. Nur dass Wane kein TP hat. Da kann sie ja beim nächsten Mal mitnehmen. Ich hab letztens auch Blitzcrank Smite gespielt. Geht scharf. Ich bin übrigens tot. So. Bist du jetzt da zum Blubar? Ja. Ja. Na fuck it. Boah, dass du den selben Sprung tun kannst. Das wäre echt super noch weggekommen. Merci, Chérie. Ach, das nervt mich. Okay. Hast du TP'ed? Äh, äh, Eric? Ne. Ne, ich hab keinen TP. Na ja, geh ich top lane. Den frag ich. Ich hab nicht. Grosser Harder. Wenn's mir gegen Nunu gesehen, ist mir egal. Hauptsache mehr cooldown reduction hier. Der ist real, ne? Der farmt unglaublich. Ja. Es ist so ultra itzen. Wirst du kommen, habe ich mal eine Chance gegen Nunu. Kommt, dass ich es wieder vorbei. Bis ich konnte save. Fahr auf Nunu. Kommt. Wir gehen schaden. Wir machen letzten Hochgehalt. Und dann sag. Da ist Tobi. Sind's. Dann hab ich gesehen. Der war richtig gut. Ja gut, ich hab mich mit ihrer eh gerechnet, ja. Haha, so. Es war auch eine richtig gute Bar, äh, Braumult. Botlane ist so ganz schön action, wa? Ja, also gut. Der S.B. Squadron ist ein extrem guter S.B. Spieler. Ah. Er hat 100 400 farm. Na gut, dass ich nur so viel farm habe, ist klar. Also Loisuku sagt, er hat schon Master Experience mit dem Champion. Ja, wow. Ich vertraue solchen Seiten. Ja, wow. Ich hab mich oft gepatiert müssen, wenn ich äh, Master Experience hab. Ja. Genau deswegen vertraue ich solchen Seiten, ne? Bist ein Arschler. Hehehe. Ist das nur die Wahrheit? Nee. Komm, Botlane. Das ist nicht im Homo-Sinn. Es ist einfach gay bei gay. So. Hier auf Braum. Luxus Miss. Kha'Zix auch Bot. Lux auch. Oh, loilati. Da hat mich der Auto-Attack ja ganz leicht gerettet, ne? Ja! Die trifft! Bäm! Ha! Das ist dann noch komplexe Tata. Ey, wie geil. Hehehe. Good Job, Leute. Ach, nervig, ne Nöle. Wie mit diesem Skull? Wirst du mit der Q-Lasted'n rammt? Ah, nicht woher ich bin. Das ist egal, ob's auch wegmachen oder nachher. Glaub nicht. Moment, hab keine. Jetzt. Nächster ist ein Water-Drag. Mhm. Versteht ihr, warum so wenig Leute Bartschung können? Das ist super geil. Der kann so scheiße OP sein. Wichtig ist, dass dann ein Öltier richtig setzt. Und dann in einer richtigen Kombination ist das so OP. Aber wie gesagt, kann geil sein. Kann aber auch tierisch scheiße sein. Seht man ja an Tobi. Ja. Alter, was will der denn immer hier? Ne, Tobi, ich meine, das sieht man an dir. Manchmal bist du halt übelst geil mit Bart. Aber gibt's halt so einige Spiele, wo ich mir denke... What?! Was willst du erwarten, Alter? Der hat nix besseres zu tun. Ja, ganz ehrlich. Das kann nur ne Wahr sein. Der Nunu pusht die ganze Zeit rein. Und kaum komm ich mal ein bisschen vom Tower weg, ist der da. Du, was willst du erwarten? Du bist ne fucking Nasus. Die müssen dich weghalten. Und wenn die das nicht machen und du einfach fahren kannst, du kannst jetzt hier mit einer Q-One-Shotten. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Hilfe. Ich hab dir geholfen, Freunde. Ja, vielleicht ein bisschen Hilfe. Ja. Also... Ganz ehrlich. Ich hab doch... Hab ich dich irgendwo schlecht gemacht? Ich hab einfach bloß gefragt, ob ich mir vielleicht noch bissl Hilfe bekommen könnte. K6 Mitte. Ja. Lass uns... Baiten mal. Ich hab Ulti. Wenn der rein springt, drück einfach zu den Stun. Ja, will aber nicht. Na, tu weiter baiten. Na, der one-shottet mich. Der one-shottet dich nicht. Tut dabei! Du hast die... Du hast K... Bitterkinder, aber mein... Ich spür Wäger immer mit hier. Eben gerade nicht. Ich bin nicht sowas. Ich mit TP, damit ich der Wain ab und zu mal helfen kann. Ah, nicht dem Nasus. Watt, watt lebt. Ja. Was? Na, für den Nasus bist du zuständig. Ich kann ja nicht überall sein, ne? Juhuuu, ich kann wieder nix machen. So, bei mir ist Müssl. Gäbe. Bist du? Ja. Nöp. Warte. Ich bin gleich tot. Ich muss noch mal was anmerken. Geh doch weg. Wäääh. Hab ich den eh mal gekillt und könnte brauchen. Nein! Ah! Pfuh. Äh, Ram. Bist du buff? Ja, da oben. Kann sich das Spot lernen. Warte, Ram. Holy shit. Wurde ich grad geplant Wahrscheinlich Bart, äh, braunpässe Ja, aber ich hab geholtert halt Ja, ist es egal, wenn... Ja, die hatten ein Stack und danach hab ich gecued und bin weggeflasht Kann sein, dass die, äh, durch, äh, S-WÖ löste die, äh, die, äh, Stacks aus Jaja, aber den Speed den die hat, alter Die hab mich halt, nach der Bart holt, die Kinst sind gestanden Oh, lol Ach, der ist top name Kommt holt zu euch, alle Mann One Two Oh, die Tick Vererrig Ja, den krieg der auch Oh, da darfst Niko klicken Und, three Nice So wollte ich das sehen Das muss dann auch in den Kippel kommen sein, dass es überhaupt Oh, wo eben der vierte noch ankam, ey Schade Ne, ich dachte vielleicht, da ich mit der Krabbe die Lux treffen könnte Und die damit slowen kann Ja, warte Drive-By Ja, hab ich wirklich ein Drive-By gemacht Auf der Bot-Lane Erstmal zweieinhalb Kills geholt Ich hab das leider zu spät bemerkt, sonst wär ich schon eher hinzipied Ist egal, Erik Wir haben die Kills bekommen Ich hab leider keine Mana Ja egal, ach komm Hier, wenn ich Nunu biede Ist ja nicht so schlimm Ist ja niemand Zack Pew Geh mal weg, Nunu Geh mal Bitte Nunu Du sollst weggehen Nunu Nunu hat mich nicht verstanden, er soll gehen Gehen Sehst du den Sinn vom King Strafbereit Ja 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 L Ne Da komm ich nicht hinterher, die hat er da gebordet Ja nicht Aber irgendwo muss er Oder? Oder das waren die seerischen Fähigkeiten Ach ja Ich hätte wieder Ulti ready, ne? Ich auch Und die wegen Botrin, ne? Weiter geht das Farmen Ich hab halt nur 4x, das ist extrem wichtig Nunu hat kein TP mehr Komm, lass uns Nunu holen Komm, lass uns Nunu holen Wer muss halt, eh? Wer muss halt, eh? Warum nicht? Ich hab das, warte das auch jetzt Mal nicht in der Hand Komm nicht hinterher, hab doch keine Boots Eh Sann Warte Slow in Jawohl, jetzt kriegen man Warte Und... Stuntage. Boah, aber die Ult hat er noch durchgekriegt, ey. Krasse Scheiße. Luxus Bot, man. Ist aber auch das Händige. Also im Early-Game hat der Schneeball genervt, aber seit ich Spirit Visage habe geht das. Ja. Eure Befehle ermüßen mich! Fitter ist, dass ich immer noch mehr Farmer bei Ser. Nee. Das ist halt übel bad. Aber der S-Rail, das ist echt krass. 255. Ja, der macht auch kein Damage gerade. Ja. Hat ja auch zwei Items. Ich habe leider auch keinen Port. Okay. Ja, die Wade dodscht aber auch nicht besonders was er macht. Die ist schon so mobil und dodscht einfach nicht. Hätten wir zwei Sekunden länger gefightet, hätte ich mein... Ach, ich habe mein Ult jetzt wieder ab. Kurz nachdem wir den Fight verendet hatten. Ich verlasse mal lieber die Top-Din vom anderen. Vielleicht ist Todes. Ist Todes! Ach, Scheiße. So, aber ich habe eine Tower. Wir haben zwei Tower-Else bekommen. Der Gegner hat einen Turm zuschnitt. Oh mein Gott, ein Tower-Else. Kaputt gegangen. Also ich merke, brauchen unbedingt ganz viel Armor. Was ist du eigentlich? Ah, fuck. Jetzt freest du nur noch. Ich muss mir mal ein bisschen was ausklafen. Oh, da ist die Lux. Ja, dann lass... Aber wenn du die Wölfe nehmen willst, dann lass mich kurz die Wölfe noch mit smiten. Ah, ich mache jetzt erstmal Grump. Ja, von mir aus kannst du ja noch die Wölfe haben. Nur ich will halt bloß die Vision dort haben. Ja, das ist natürlich echt doof. Wenn man drei hat, die unbedingt Farm brauchen, ne? Ja, genau. Oh, Mitte geht Scharf hier. Ja, aber vielleicht nur das beste den Tower kaputt zu machen. Ne. Ja, ne, kann ich nicht treffen. Selbst mit Ulti nicht. Ne, ne. Oh, und du was? Wer kriegt die Stacks? Ah, guck mal, Nunu fängt an zu pushen. Das ist aber nett. Ich will auch ein Stack. Ja, du kriegst den Blue-Buff-Stack. Warte, ich nehme mir mal die Kleinen vom Blue-Buff. Unu. Warte, warte, warte. So. Den großen Blue-Buff kannst du haben. Stacks. Wir können, wir können. Wir kommen mal. Ran. Mitte Lux. Ja. Ah, Mist. Ah, Klazlos. Ohne Ulti. Hier kommt Karzix oder irgendwer. Da. Bist du der Vayne jetzt echt den Kill lassen? Achso, Ram, ich dachte, du müsst' mir draufgehen. Ja, ja, ich warte mal hinter dir. Das war ne wilde Barz-Witz. Das ist ja die Welt. Achso, okay. Gut. Dadurch, dass ich gesehen, dass sie sich noch einen Minion vor meine Q geschoben hat, bei den Stunnen und ich wollte ihn abbrechen halt. Achso, ja. Gut. Ah, war schade. Hat das Zukehren Damaged ich zugehebt. Aber den Damage hab ich halt in Sekunden wieder aufgeheilt. Ja, aber trotzdem wollte ich den. Ja, okay. Du hattest ja gar nicht vor. Weil ich war ja halt auch, dass ich wieder ein Damage zu machen habe. Oh, läuft. Ah, der macht ganz schnell Damage noch. Oh, Nico. Da ist er weg. Wow, war knapp. No, du hast einfach das zugekommen. Ne, hab ich nicht. Erst Reile Ult? Hab ich nicht, ich hab äh... Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die... Hast du? Ja. Jo. Ach geil, Wölfe. Hey, lauf doch nicht weg. Cool, ich möchte dich ja noch töten. Ah, ich hab sie gepullt. LOL. Also... Wenn ich die Ulti komplett durchziehe... Jetzt hab ich noch 12 Sekunden. Achso, ich hab 42, okay. Geh weg. Guck mal, der Scheiß wieder. Hehe. Ach, Nunu, du bist ein Langweiler. In der Mitte kommen 3er. Oh, da kommt der Zug. Wo ist denn der K-Z-Finn? Der ist nach oben weggerannt. Komm, wir sind den K-Mains kommen. Äh, wir machen jetzt hier in der Mitte Defend. Defensiv. Holy shit, ey. Na, sind's abgedreht. Guck mal, ey. Der hier ist meine. Achso, ne. Überall. Teilen war den Farm. Würde ich auch sagen. Ah, Nunu ist der wieder da. Sehr schön. Hat die Wave wieder schön gepusht. Fällt mir. Ja. Nett von ihm. Oh, scheiße. Mit der W stirbt der Kleine hier von hinten schon. Ja. Deswegen mal, kleiner Tipp. Wenn du die machen möchtest, die W da hinsetzen. Dann regt nämlich bloß der große Schaden. Dann kannst du beide das. Ja, ich dachte nicht, dass der gerade schon mitstirbt. So ein Ärger. Oh, oh. Es will holt. Oh, oh. Ich bin leider tot. Ne. Boah, die Es will holt. Hat mich ja fast getötet, ey. Ja, ja. Die haut rein, ne. Ach, scheiße. Ich hab erst 800 Leben. Kha'Zix ist unser Jungle, jo. Ja, Nico. Aber ich hab auch nur 500 Stacks. Du hast 300 Stacks. Merkmal. Wie viel kriegst du pro Last Hit? Äh, äh, 3. Ich krieg 2. Aber Erik, ich krieg auch pro Champion Kill oder Assist. Bekomm ich 10. Ja, okay. Ich wollte halt die, äh, den Dingens von Last Hit mit meiner Q. Weil das gibt mir halt nur ganz normale Stacks. Ne, 6 oder so. Aber leider war da eine Vayne im Weg. Warte, die hat den Plan verhindert. Ja, der hat den Kill gemacht. Okay. Drei Stacks, die drei Stacks könnten uns das Game verlieren. Ja, man weiß ja nie. Ne, na. Da ich das jetzt alle mal in den Jungle jedes Mal nehm... Boah! Noch ne S-Wil holt. Ja, weil das hier alles so langweilig ist. Dann müsst ihr... Dann gehen wir jetzt einfach in die Mitte und machen und pushen die durch. Ne, ich stack weiter. Kommen wir nicht. Sind alle immer so pessimistisch, alter. Ich bin ne pessimistisch. Ich will nur stacken. Dann lass meinen Grump in Ruhe. Ah, gut. Dann geh ich weiter. Top-Land-Stack. Wenn ich sterbe, ist das so schlimm. Ja, eben. Warte mal! Ich brauche CC, um nen TP von mir abzubrechen. Ja. Äh... Ja. Warum Lux? Traum. Lux nicht. Lux ist nur ein Festhalten. Ah. Geht's auch drauf. Nein. Nein, mach's. Nee, du kannst du als Pogaler halt. Nee, nur Stunts. Ja, genau. Stunts. Stunts und Knock-Ups. Also, ich könnte jeden abbrechen. Weißt du, solange es... Warte mal. Ja, solange es nicht Traum ist, easy. Kann ich mich back-TPen. Ich hab hier einen Nunu bei mir gefunden. Ja, nicht nur den. Oh, oh Gott. Ja, nee. Den will ich, glaub ich, in die Fasen. Nee, 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 nee. Da kommt alles zu dir hoch, ne? Ja. Ja, wow. Oh. Oh ja. Ja, ich hab... Ich hab die anderen abgelenkt. Ja. Ja, ob's nur schwer ist oder nicht. Ah! Holy shit. Ich hab es platt gemacht. Hast du aber fein mitmachen. Danke, Sir. Hast du aber fein. Gut gemacht. Nice. Nice. Äh. Äh. Hinterher. Was wird noch alles fehl? Wir könnten aber mal zum Brake weitergehen. Der ist jetzt nämlich auch ab. Ich wollte grad sagen, hallo. Auf Water Brake. Kann ich weiter stacken? Ich hätte gerne einen Infernal Brake. Oh ja. Den hätten wir, glaub ich, alle gern. Oh ja. Vor allem Beiger. Vielleicht auch. Ja, und die... Ja. Ich halt auch, weißt du, weil... Ja. Ich hab übrigens TP ab. Also ihr könnt, wenn ihr mich braucht, einfach rufen. Erik, Hilfe! Da kommt... Da kommt die Tür rum. Ja, ich TP her. Warte. Hust, hust. Hey, Nico ist einfach mal... Oh, oh, Nico. Nico ist jetzt tot. Nicht was. Black Nico down. Black Cock down. Ich brauche noch 200. Ich brauche jetzt Bottlene Farm nehmen. Hm. Ja, toll. Dann geh ich erst mal shoppen. Oder? Nee, kann ich noch gar nicht, oder? Ähm, doch. Jetzt. Hehe. Jetzt wären wir noch 60. 50. Nice. Hol mir noch die. Crux. So, ich hol mir gleich noch Robadons und dann bin ich schon Full Build. Toll. Full Build? Mhm. Ich brauche noch DMP und irgendeine andere Seite. Mal gucken, Titanic Hydra wahrscheinlich. Obwohl, eigentlich sollte ich ein bisschen mehr Tanki gehen. Na egal. Tankiness wird überrascht. Okay, da wird sich jetzt erst nicht mehr. Oh, tausend Schaden gegen Minions. Oh, tausend Schaden gegen Minions. Oh, tausend Schaden gegen Minions. Oh, ne. Die waren doch schon lange weg. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Oh, die. tun sich jeweils wer. Boah, GG. Jetzt prügelt euch darum wer den großen bekommt. Den großen lass ich da. Weil ich pumpel bin. Ne, hab ich bekommen. Ey, es ist mein Jungle. Ey, es ist mein Jungle. Wir sind das letzte Geld für fucking DMP und jedes Mal kommt irgendein Troll vorbei und nimmt das sich. Hallo, hallo, hallo. Das ist mein Jungle. Ja, was trollst du da in deinem Jungle rum, ey? Schämst du dich nicht? Hör mal auf, in deinem scheiß Jungle zu formen. Das ist ne deiner. Okay. Vayne. Meine Stacks. Oh, jetzt wird's interessant hier. Alter, Dwayne ist ass. Ich will doch nur stacken. Meine. Wenn ihr wollt, ihr könnt reingehen, ne? No. Ich will eigentlich noch ein bisschen stacken, bevor ich nochmal reingehen. Achso, äh, die haben Baron. Da war ja was. Ja. Ey, warte mal. Ich tue dir mal an Baron, wenn ich den zurück schiebe. Bitte. Kass, die haben mir richtig Damage gemacht. Ich hab mich nur leicht wieder hochgehealt. Nanana. Dog. Boah, Damage. Ich geh mal die Trucks holen. Waderms. Baron Minions mach ich vielleicht jetzt in den Toxisten Schaden. Erik regelt das schon irgendwie. Glaub ich nicht. Ich kann mich einfach mal so hoch. Oh, bei uns im Jungle ist ein Targis. Targis. Boah, wenn er sonst kein OVs hat. Jetzt hau ab. Na, hau. Gibt's nochmal ne Queue. Ey, boah, die Suche. Was halt ich nicht machen. Achso. Hab ich. Na, macht ja nix. Ich hätte gerne einen Stack, wenn ein Verbündeter von mir ein Champion lastet. Äh, ein Minions lastet. Den du vorher gehittet hast. Alter, Nasus Support. Ja. Ja, Nasus Support, Alter. Ey, die sollten das so beim Elf wie bei Vega machen. Alter. Demi noch ein. Ja, das war, wenn du... Weißt du, wenn der Ehe. Du bekommst einfach Milliarden Snacks, wenn der Ehe ein Champion ist. Es ist lustig, dass die Baron Buff haben und wir pushen. Ja, da läuft irgendwas falsch. Ja, weil die anderen... Oh, erstmal, der liegt nicht damit. Endlich ist er weg. Jetzt kann er irgendwie gescheit farmen. Jede gehört... Dööööööööö. Wacht echt da mal nicht zu weit... Ich geh' weg. Ich geh' mal eben, Top. Ich geh' schlafen. Na, schauen wieder. Wir hatten das eine mal schon. Haben ja extra gewartet wegen Stacks, da hast du Baron Stacks geholt. Ja stimmt. Ja, da hab ich's doch in numberedern. Ja, hol's dir gerne. Ja. Der Grundgedanke ist REIN! Der vorläuft nicht mal. Ich komm, ich komm lieber mal. Die haben ja immer noch Baron-Barben, lol. Lol, hier ist ein Pantix. Oh cool, ne, will ich, will ich. Alter, mach den doch! Ne, ich bin lol, lol! Ja, ich wollte nur, dass irgendwelche Verbündeten genau hier... Oh, da, 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 da! Ne Lux! Nice! Fuck, den hat Weiger bekommen. Aber mit AW, Entschuldigung. Haha, bitte. Lol, du hast ne gestakt, sag EG, reporte den mal. Wayne, Wayne! Wayne, ich hasse dich! Reportet ihn mal. Oho, fast 600 Schaden an dem Knilch mit ner Q. Boah, immer noch 400 für die AP. Sucker, es war voll extrem knapp mit den... Sucker, die hätte ich unbedingt gebraucht. Haha. Die Magie! Sie ruft nach mir! Ich geh mal kurz gucken, ob da drüben im Jungle was ab ist. Ja, Tower, fuck mich halt. Oh cool. Ich hab auch wirklich was ab. Ich komme zu euch, bevor ihr da sterbt. Hier ist ein Ads, Rial. Hier ist ein Rial? Ja, der hat geflasht. Aber ganz ehrlich, dass die Gegner ne versuchen zu feinden, sei nicht dumm. Die lassen uns nur immer, immer stärker werden. Ich finde das nett von denen. Boah, die ist doch voll Kumpel. Da sind Nesse. Da sind Nesse. Hat der gar nicht lange gebraucht oder so. Ich hab euch mal die ganze Zeit... Ich hab nicht mal den Kalix die ganze Zeit im Leib gehalten, ne? Hast du Feine gemacht. Boah, der... Jetzt muss ich aber wirklich flitzen. Mach den Flitzer. Ich halte mich mal eben an den Raptoren wieder hoch. Nein! Okay, ich bin tot. Tobi! Warne dich. Tobi! Götter zwei. Achso! Das war aber mit Steaks abgemacht. Ja, wenn er meine Klöten die schon nicht nimmt, das ist nicht mein Problem. Ja, das darf ich nicht mehr. Kann ich... Ich nehm mir aber die zwei Kleinen von Red Buff. Ja, aber die Krux lässt du mir. Ja! Ich hab erst 966 Leben durch meine Passive. Der Streit um den Jungle. Ja, deswegen lass ich dir ja immer die großen Viecher. Weil ich dann 10 tickne. Naja, ganz ehrlich, du bekommst von den... Nein, die haben den Ahnendrachen. Die kommen halt permanent immer nur drei. Deswegen sind die drei... Sind die Kleinen bei mir besser aufgehoben quasi. Ja, das Kleine ist bei dir besser aufgehoben. Da hast du recht. Super vorhersehbar und langweilig. Doch, wow. Von den Wölfen ist so nur noch der Große übrig. Hol ich mir Klei und sag auch für Vision Klei mit. Das ist gut. Ja, alleine deswegen lass ich schon mal... Ja, jedenfalls eins von beiden am Leben. Das ist nur eine kurze Strecke! So, ich hab einen DMP. Und jetzt kommt... Ach, ich weiß nicht, was ich mir noch holen soll. Ganz ehrlich. Aber was haben die... Oh, ich weiß es! Phone-Mail. Ich bin grad bei ZZ-Rod. ZZ-Rod? Nee, nee. Nee, die kleinen Viecher machen mir nur meine Minions tot. ZZ-Rod bitte! ZZ-Rod einfach auf Toplane stellen! Ja, alle ZZ-Rods einfach. Ja klar, alle und dann... Ey, Rahm! Rahm-Burger? Rahm-Burger! Stell dir mal vor, der Nunu... Stell dir mal vor, der Nunu... Ach, Eric! Stell dir mal vor, die hätten... Der Nunu hätte ZZ-Rod gegen dich gebaut. Uh, wie ist Deck? Wäre der Nunu richtig geil Kumpel? Der war übelst... Der Kumpel wäre der. Ich hab vergessen, dass die einen Elder Dragon haben. Wir müssen mal kurz ne feiern. Naja... Also quasi das machen, was wir schon das ganze Game über tun. Farm-Farm? Ja, genau! Okay, ich geh Toplane-Farm. Oh, die machen doch nicht mal an, ich schalte dazu irgendwie. Ich renne jetzt von hinten einfach rein. Okay. So, renn du mal rein. Oh Gott! Nice! Follow-up, guys! So! Na, Nasus, das wird aber ne enge Kiste. Ja, ich hab ja auch einiges abgereiht da. Das hat ein Knall! Ich hab übrigens drei Q's gemacht, wenn ich den nicht gefeiert. Das wird... Trotz, ich war wieder überwürdig geil. Ich würd nur sagen, ne, da hatte ich grad ein bisschen Schiss in der Bux, als die auf mit mir immer zu mir gekommen sind. Ja, aber dafür haben wir ja den lieben Bart. Ich typisch mich mal im Toplane da sind. Ja, die Bart-Ult, die war echt Gold wert. Ja, richtig. Vor allem, weil ich dann schon reinflößen konnte mit meiner Ult. Ja, vor allem, wir haben ja dann alle unsere Stunts getroffen, ne? Ja. Ja gut, ich hab leider keinen. Ich hab ja... Ich bin ja reingeultet und dann hab ich erst mal meine Q voll aufgeladen. Dann hab ich gestunt und genau nach dem Stunt kam halt die Bart-Ulti. So, danach mal wieder raus hier. Ja, das sag ich dir klar. 1076. Sag mal, kommst du dann mal bald? Ich will hier mal den Tower einreißen. Ja, ich bin grad dabei ein bisschen zu verarmen. Was sollst. So, ich bin erstmal base. Ich kann mir immer einen Rabadons holen. Da kommt ne Ulti. Wow. Alter, weißt du? Die Van kriegt einfach 600 Schaden. Ich krieg nicht mal ansatzweise Damage. So, 1122 AP. Ja, warte, warte. Sorry. Da hat die Van attackiert. So, ich geh jetzt back. Ey, wieso bist du... Hast du gehört, Nico? Was? 1122 AP. Ja, toll. Habe ich bei der Minute genau dasselbe. Bloß, dass ich halt full tank gehe. Also, so 2000 greben halt. Meine Ulti macht so viel Schaden wie Vega AP hat. So, Vollbild. So, irgendwo brauche ich jetzt noch 1000... Äh, 100. Ja, ich bin jetzt so... Okay, wir müssen die Farben noch eben machen. Scheiße, hier sind keine Wölfe. Danke. NG. Nico, bekommt den Großen nicht die zwei kleinen Wölfe. Die Wölfe habe ich gerade gemacht. Ach. Entschuldigung. Untermensch. Komm, Raptor. Komm hinter mir her, da bist du schneller. Alles klar. Warte. Warte. Zack. Dann über dein Eisengefäß. So, also sie sie wird auf die Botland. Alles klar. Oh. Nunu. Pass mal auf, hier kommen extrem viel Reha zum Beispiel die. Und der. Ich farme. Ist okay. Ah. Ihr solltet lieber dem Sion helfen. Ach, warum denn? Ach, farm. Farm ist wichtiger. Ja. Stimmt. Das war nur Sion. Richtig. Hey. Nein. Ich wollte den gerade queuen. Wow. Hat der sogar schon fast damage gemacht. Sion. Hey. uin. Wie ist das? Ey. 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 Brauchst du das vielleicht noch, wenn ihr... Du, wo ist denn das Jey? Ja... Das was? Wieso pushen wir eigentlich hier? Ja... Na? Na Neko, warte, 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 ich will den mit meiner Qlast hin. Da kannst du zum Beispiel das Morellus verkaufen, brauchst du ja eine mehr als Mana? Ja... Und holst du die Hote aus dem Guardian Sehntel. Was soll ich mir holen? Guardian Sehntel, also ein Schutzengel. Ja, kann man eigentlich machen, wa? Ah, ich glaube das Gold reicht noch nicht. Ah, ich geh kurz. Das Verkauf für 2030, ne, das würde noch nicht reichen. Wow, 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 wow. Ich hab gleich wieder Ult, solange sind wir ja schon... Ah, komm. Ich hab auch schon wieder Ulti, aber okay, ich hab 42 Sekunden cooldown. Ach doch, reicht, Leute. Ich heil mich mal eben, alter Vayne, Vayne. Das ist ja gar nicht so teuer. Oh, da ist eine Krabbe. Hab mich mal eben wieder vollgeheilt. Oh, Rapport! So, Erik, wo ist denn das passiert? Nice! Oh, guck mal Top-Lane, ist das geil! Dann steht da. Dann haben wir alle Lanes pushend. Oh, Alter, da hat der Rammer aber einen schönen Fahrrad. Oh, da, da, Dram ganz fristig. Ja. Hm, nur jetzt hab ich weniger Abklingzeit. Egal. Boah, Dram lässt halt die Kleene übrig, so eine Hure. Bist du kein Teamplayer, ey. Hm, so wie du. Halt deinen Maul, alter. So, Erik nicht. Ich dachte, der kommt. Hier ist ein Cossacks, ne? Komm. Wecky. Ey, ich will doch den großen Gorn queuen. Und ich hab mir irgendwas getroffen. Hat jemand ein Ward für Baron? Hm. Hab ich. Ich wollte doch bloß hier alleine rein spazieren. Ich hab jetzt 933 Stacks. Ach, deswegen. Ein bisschen noch, dann hab ich wieder die 1000. Oh, Top-Lane farm. Ich hab mir mal eben die 1000 Stacks und dann können wir weitermachen. Ist das okay? By the way, ich krieg übrigens durch Wards auch Stacks, ne? Ja, das tut das, aber na. Nicht mehr. Ja, oder nicht mehr, keine Ahnung. Oh, ich komme. Komm. Ah, ich brauch mich gar nicht. Kann ich weiter farmen. Ja, ja. Wir brauchen auch noch. Ich pushe die Top-Lane. Erik, ich helf dir kurz mit. Also, ich tu mein CC- Ich tu einfach mein CC-Rod wieder oben in den Busch, denn da kann er schon mal einen Tower angreifen. Okay. Ja, also das machen wir. 960. Weißt du, was lustig ist? Wenn meine CC-Rods, äh... Ich bekomm doch Stacks für Wards. Jedenfalls für die Blauen. Okay. Äh, vor allen Dingen weißt du, was ich lustig finde, wer... Ah, den kleinen lass ich hier. Schnell, Erik! Danke. Weil wenn ich ne... Wenn meine CC-Rods nicht... LOL! Du bist so einer! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin raus aus der Nummer. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warum? Ich frag mich auch gerade, warum die abgehauen sind. Weil ich die Verwendeten nicht realisier... Realisierbar habe! Oh oh! Nehmt eure Minions! Warte! Ah, da ist Farn! Stor, ich komm dann mal hoch. Nein! Lass die hin! Weiß, danke! Bitte, ich hab extra abgebrochen in ein Auto attack. Ja, ich hatte Angst, dass Wayne wieder... Wayne kann das leider nicht hören. Ja, das ist voll geil! Nee! Nee! Das reißen muss ich eigentlich nicht. Hast du nicht gesagt? Hast du einiges? Aua! Meiner! Wo sind die Colabs? Wo bleibst die Colabs? 1176! Oh Gott! 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 Kaputte Macht! Haben wir sie geacet? Äh... Ah ne! Er ist in der Mitte! Ne! Oh! Das ist... Voll leer! Ich muss sagen, wir sind ein bis geiles Late-Game-Team! Ja, kann man so sagen, denke ich! Darauf! Ahne! Jetzt drehen zurück! Ja! Ey! Lass noch nicht beenden! Sieh jetzt! Kommst noch nicht beenden! Warum nicht? Nein! Jetzt! Ja, genau dafür zu beenden! Ja! Boah! Das Game dauert lange... Oh! Hahaha! Oh! Ich hatte übrigens 1300 Leben, mittlerweile krieg ich meine W! Ja, also das war mal ein absolutes Farming-Game! Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen und ihr schaut mal wieder rein! In diesem Sinne! Bis bald! Euer Ramm!